Ja, damit darfst du nicht fahren, hast du gehört? Hab ich nicht! Doch, hast du! Er hat seit 12 Jahren keinen Führerschein mehr Geil Richtiger Watt Brauchst du irgendwie Schild oder so? Ja Da kommt einer Ah ne, von hinten We win the round Enemy team eliminated Wir sollten einfach suchen die ganze Runden ohne Kills und ohne Tote Ja, ja mach ich Mir egal Rounds start Bomb acquired Wir sollten nicht töten Nicht töten Nicht töten Ich will versuchen Zweiter zu werden Von der Kills und ohne Tote Erster kann es ja gefühlt schon nicht mehr werden Ja Ja doch schon, aber Es ist sehr unrealistisch Ja 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 Jetzt werde ich hier aber sterben Ja 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 Okay ich bin da nicht gestorben komm jetzt werde ich aber sterben also wenn einer ist auf jeden fall noch einer wenn noch einer hinter mir ja ich habe gehört wenn ich glaube da kommt es und ich habe aber er gibt halt nicht diese extra leben wenn ich nicht nicht ich kriege wenn du ihn weiter denn bei mir wenn bei mir aussehen das ist die runde kann ich auf youtube hochladen 1 6 3 6 5 6 4 6 ich habe das da